Zweiter Part von einem Batorial welcher jetzt nach Part macht und man ja schauen kann so um die Spiele jetzt mit Lady Kippa nutzten vor er ist auch schausten schütteln Prozent und sich also sagen was geht ab was geht ab aber ich jetzt ist wieder hier kann man und weiß nicht wer hier reinkommen soll um ich kann nicht wechseln Paul hallo damals geladen die Spitzen der deutschen die Spitzen nun auch noch 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 als die Englisch hier ist es ist und direkt stimmig erläutern wird ich bin nicht so gut in englisch und ja Germany and you? Junge, rede nicht englisch in meinem Livestream. Wie kann man das Kind haben, Junge? Aber England, woher? Ja, er kann auch gerne englern sein und so, aber... How are you? Nicht mit mir. Hello, I'm in this video. Ja. What's up? Digga, hör auf zu, ich stumm dich gleich auch noch mit die ganze Runde. Warte ich wie Engländer. Okay, bravo, wo wir landen. Da. Sowas von. Sweaty. Sweaty Sands, wir sweaten jetzt auch rein. Ja, wir sweaten jetzt ja. Jetzt holen wir den epischen. Oh. Digga, was schlagsst du so hässlich schon wieder? Er sagt, oh mein Gott, Ninja. Wer hat das gesagt? Äh, mein Ding ist hier so ein Ländler. Sommer oder so. Weißt du. Weil Ninja unsere Runde ist, man. Ich spreche die beiden englischen Stecker. Nein, du redest nicht mit, stumm dir jetzt und sei leise. Egal, ich hab Herr Breuer erst eingestellt gehört. Ja, ich auch. Ich kann nicht mehr englisch. Ey, Herr Breuer war geil, sei leise. Eigentlich hab ich mal Abschuss geschafft. Ja, hätte ich auch geschafft. Aber, Herr Melzer, der, der wollte mich andere Schule haben. Aber egal, klappt ja alles. Ey, keine Beleidigung hier, ja. Ja. Oh, sorry. Ja, 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 ja. Aber, Herr Melzer war ein kleiner, kleiner, ähm, kleiner Schisser. Nicht Gönner, nicht Gönner. War ein kleiner Nixgönner, ja. Gott, haben wir uns aufschlossen durch. Ey, der spricht deutsch. Ja. Aber sehr schlecht deutsch. Einen guten Morgen, ey. Oh, nee. Gute Nacht. Also, guten Morgen. Ich sag gute Nacht. Sie sagt, dass sie mich lieb. Doch womit habe ich das verdient. So. Well, we good deutsch. Ich hab ne Scheiße AR, der Gangkau. Oh, da hat der andere verlassen. Ja, aber kein Deutsch, keine Kau, unsere. Da, dann hat er den Sieg jetzt nicht mehr. So, sei er schon. Ja, ja, der könnte auch deutsch. So minimal. Wunsch, das bessere Dings. Ja, ja, ich hab ne Grau. Sie sagt, dass sie mich lieb. Damit habe ich das verdient. Ja, ja. Ja, ja. Nein, ja. Ich kann nicht wahr 선배VA Hao einzuschauen. Ich kenne ihn nur grau erst, finde. Na, ich hab grün, grün, lila. Du bist lila. Doseana-Gehner. Nein, lila-Sniper. Fassel. Hab tag. Gegner? gib рано. Gegner? Na, ich hab tag. ков şuZred reports nach Sav平 face. das hier hier jetzt bei den Stühlener bei mir ist noch einer das ist ein Bot ne geht nicht kannst du nur verurteilen einen Gegner ich mach die Aufgabe bei mir ist auch ein Bot in der Notenfolge komm mal kurz zu mir brauchen du bist voll weil dir Spaces geben wir mal wenn du voll willst ich hab auch noch Spaces und die Meier doch wir mal ja ne guck mal wo du bist ach so ich hatte ein bisschen bei mir aber ist aber der Ninja na das ist der echte der echte Ninja ey der aller echte kannst du Minicap mitnehmen? Hallo das und du sollst runterkommen ich komm gleich Kimi ihre Sachen ja ich komm gleich runter weil mir sind Gegner ja ja was labert der Typ ohne ohne Karte ohne ich würde ein ich würde ein es sei jemand an jetzt nein habe ich den Ninja gestrengt hinter mir wo ist er wo ist er unter was war so ein W ist er lass mich nachladen da läuft er grad und ah er ist hat einer fällt low Ninja holt ihn nice hinter uns noch das will ich nicht holen ich würde das schlecht ich wollte dir nicht holen ich wollte nicht digger er snipe mich hab eh digger ich dachte jungen ich dachte digger es ist so null Sinn ergeben dass er mich gesnipet hat digger so null als irgendwas losgubt digger nur grüßt der andere das war ja ich hab oder die aufgabe das seien um von da ist noch gegner stehen holen weil dann können wenn die wiederbelebte sind nicht schlecht und dann können wir vielleicht sogar noch mehr kills machen in der runde weißt du nur null killzäger weil ich so eingespielt und eingespielt ja ich habe jetzt ja auch erst eine runde mit der die wir auch platz elf nur geschafft haben und danach die runde jetzt direkt aber ich habe ja nicht mal auf die karte so ein jahr ein halbes jahr mindestens das ist egal ich komme wieder rein dafür haben schlechtere Gegner so nein mein konto level ist zu hoch kaum mein konto kontolevel ist das ins gesamte nutzerinfo ich weiß ist nur ak kann man gleich zu mir ich hau es gleich ist raus ich hatte noch nie ein deutsches körper in der runde noch die runde junge was willst du gehörst in der runde ja ich hatte noch nie also allgemein so mich noch nie gehört dass mich ein zacken das sind deswegen spielte ich auch auf meiner kommt weil so viele weiber bei meiner kunst sind ja hallo sprich mit und da stellen wir nix hier zogst eigentlich noch mit Fabienne oder wie da ist? ja ist sie gut die ist besser als ich du laber nicht voll die ist besser als ich? tschuldiger schon ein bisschen peinlich für Spaß ich weiß nicht mehr wie war damals auch besser als ich damals ich bin mein Spaß schaut alle bei äh die Lidl Gurke vorbei Ehrenfrau warum nennt man die Lidl Gurke? die Lidl Gurke? ja weil die Lidl Gurke einfach das beste ist einfach auf den Kanal jetzt vorbeischauen haben wir kommt mir auch auf den Kanal jetzt vorbeischauen ich wusste jetzt da oh 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 ja wir zu zweiter jahr ja easy kommt zu mir das ist die maßnahme war kommt mir um ein neues ein ja ein bisschen fortwärts und nicht mehr so wie mannigst später raus das ist ja schon nur frische luft schnappen und dann wieder nach hause weil ich bin krank wo ist eigentlich morgen zum koffer zu nun soll ich einfach weil wenn es mir auch besser geht so weißt du ich muss mich heute übergeben und alles vor nicht in der schule deswegen und ja deswegen höre ich mich auch so schlapp an woher kommst du Bremen also Bremen Bremen Nord und du kontakt mit Prozent hier aufbauen Bremen schimpft märz um eine ohne Mädchen um das steht der Markt das heißt er ist jung ich habe gelesen du hast dann das wollte ich gar nicht sagen da kommst du dir hoch ich bin immer noch rum ich bin immer noch rum er verbrennt nicht ich muss hier raus ich brenne hält mir doch ich muss hier raus ich bin gleich tot hier ich bin gleich tot wir sind tausend Gegner baut dich ein bei mir und dann mach schnell 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 ja ich hab dich schön unter weisen hohohoho äh mit der Treffenschrift findet jetzt unter uns einfach so naja kommt auch aus Bremen Dickner kommt und so ne ja ich ältere jetzt nicht direkt auch hab ihm gefinishen vielleicht hat er hier ja er geht nicht dausend er hat eine goldene Karte eine P90 ne ich lauf jetzt nicht zurück ich bin gleich down wieso geh ich nicht unter Sand hier ist Bus kommst du mir hier ist Bus ich hab zwei Texte zu blät bei mir ist ein Gegner ich brauche Hilfe und bei dir Gegner ist da mit der Riechung er hat mich gleich wieder kommst du Bus ich weiß nicht ob er jetzt gibt ja er gibt er gibt nice ja jetzt noch ein Mini warte komm mal danke ich werd wieder abgeballert von wo ja wo Digga von wo da der ist runter der von wo schießt diese andere vom Baum beim Baum hat ein Digga hat er nicht drauf Digga 0 Disco der guck mal ich kann drauf mal wie ich weiß es trifft nix so jetzt aber guck bam 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 jetzt ist er doch Digga ich hab auch nichts drauf nur zwei Schüsse haha der andere ist auch da ja ich hab's gekriegt gesehen ich sag mir nicht dass du mich liebst genau weiter schade das ist so anziges Zeitfeld wir müssen auch rüber nur 10 vor lass über Brücke nein 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 ich will mir den Loot davon holen ich hab mich hoch über ihn ja ich lauf hier ganz kurz zum Loot das ist ein blauer Tag ja Digga ist doch noch ich hab's abgehauen und Minis oh mein Gott ey Digga der muss auch mitten jaa Digga jetzt hab der Schuss gesehen hat Digga ähm wo ist ein Minigeter äh hab ich grad gefunden ey Digga jetzt hab wer weiß woher Digga will der Schuss kommen du schießt und ich heil mich grad ne das unterlassen ja die kämpfen da hinten ja und ich muss nachladen jetzt erstmal so schießt raus ist das slow das slow fast ne der Arm einfach mit einem 20er hinter uns hinter uns hinter uns mit der Skade Digga ich denke wer ist ich bin kurz spinnig das ist so ge-sandwiched für das Gefühl Digga ich kann ihn irritieren dann bist du Mediket warte oh der war so saftig der halt schon hier da drinnen er hat hundertfünfer der hundertfünfer der blaue der da aber wir müssen sollen lass schon mal sollen ich hab auch keinen Mets mehr ich hab auch keinen Mets ich hab auch geballert der andere hat hundertfünfer da ist einer ey ja Digga war doch drauf Schilpel boah nein 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 luft weiter nach rechts boah 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 ey das sind solche Schwitzer Digga von rechts oh der hundertfünfer äh einer kommt n hundertfünfer noch einer der rote hat hundertfünfer ein dreißiger oja Digga unser DAK hab nur mal 66 Digga was für Lippen ah ja ich hab die Mets denkst du ich hab Mets? ja ja er geht mir im Spruch ein Zort der Hedroth Digga ne was ein Typ ja ja das kostet 15 Euro ja hat es nochmal jemanden gefördert gd bing hier komm also die Wäsche muss hier auf dem Boden liegen du findest ja immer noch nein die liegt hier auf dem Boden Mama die ist ja ich bin in der Heimschule umguckt ja ok die ist ja die ist im Korb ja alles ok komm die komm die Quang nicht morgen auch? ja ok ne 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 n ne 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 das hat die Stolten das ist einer von den beiden Lois ein Headshot Depp 205 Euro Kosti jetzt siehst du was gesagt das Low die Kämpfe ich gehe mal in die Zone das Leben noch vier Stück einer ist nein er geht gerade um den das war mir das auch immer so ich schwöre die merken das irgendwie die hat ja das Gefühl einfach das ist eigentlich Botze einfach so was Botze? aber wenn unsere Gegner noch da wären wir hätten die Easy werden Easy geholt den Sieg 2 gegen 1 Pfff glaubst du nicht an mich? doch aber das wäre auch einfacher wenn unser Team noch da wäre ach die wären schon längst tot man weinen die auch das Ding ich hab nicht so viel mehr aber wir haben gut gespielt das reicht wenn du meinen mit auf Krumm hättest dann ist es zu nennen und da ist einer losgehen Fake News Gymnasium es ist ja auch alles in Fake News Gezweißte jeder Schuss zählt ich glaube ich muss zu ihnen gehen okay er kann die Mohnen er ist 1 gegen 1 gegen 1 ja 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 da ist schon gebucht also im Haus als ob der nicht hoffen spielschlau ja da muss zu dir kommen mein Gott ich dachte er schießt ja das ist doch 2 2 1 ja das ist doch du du kannst nicht erzählen sondern gehen an die ich nicht dann schießt ich will ich mir du gehörst auch noch mehr du gehörst mir du gehörst mir ich hab halt gewonnen sei leise ja er gesteckt schau ja ist er aus nö er ist unter mir er ist unter mir was ist Astronaut der S2G ist Astronaut geworden glaub ich zu mir 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 TG der Erfüllung durch die Hälfte 90 der der ich bin 18 mit mir ein paar Degas wo gegen die Gäste zu spielen und auch kein Thema ins Leben ich muss runter ich muss meine Mutter helfen ich muss auch von noch wissen und hier kommt es gleich wieder und danach die Jahre nach danach muss auch wieder leisten mann um also mich dann ein bis später also bis zum nächsten mal ja ich hatte ich dann ein und das dann aber da lasst ein leichter und macht die glocke aktiv